Neues Jahr, neues Glück, altes Spiel und willkommen zurück zu Dust in Alysian Tale. Hallo? Das ist der verdammte... Taskleister, ach, ich es hasse. Ja, ich habe beim letzten Mal, glaube ich, noch ein kurzes Level abgemacht und bin nicht sonderlich weit gegangen. Wow, das ging jetzt schnell. Unerwartet schnell. Ja, also wir sind jetzt wieder im neuen Jahr des Altjahres vorrum. Die meisten haben sich wieder irgendwelche Ziele gesetzt, die sie eh nicht einhalten werden. Oh, klar. Oh, du musst es vergessen, wie du musst es vergessen, dass ich immer wieder fallen kann. Ich habe es nie so gesehen. Du bist ein interessanter, Fidget. Ich meine, es klingt irgendwas nicht plausibel, aber... Okay. Übrigens, ich habe ja beim Jahresrückblick gesagt, dass ich die Facecam ausmachen werde. Ey, was ist denn mit... Was ist denn... Das ist für scheiß Gegner. Ja, also... Ich bin gerade noch wenig verwirrt von den Gegnern, die rumschwören. Äh... Ja. Ja, also ich habe ja gesagt, dass ich die Facecam ausmachen werde. Also, das ist jetzt ein jetziger Stand. Ich kann es noch ändern, aber dazu brauche ich ja eure Meinung. Also, schreibt mir mal in die Kommentare, ob die Facecam bei diesem Spiel... Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Facecam unnötig ist, aber sie ist unpassend. Aber das passt einfach überhaupt nicht mit dem Spiel. Das ist eine Meinung. Das ist eine Meinung. Und wahrscheinlich auch die Meinung eurer, aber... Ja, schreibt es mir bloß nicht. Weil ihr zu faul seid euch, äh... Meiner Kommentarung oder meiner Kommentierung, äh, unterstützen. Das weiß ich. Also, wenn ihr unbedingt wollt, dass ich die Facecam weiter anlasse, lasse ich sie für euch an. Aber sie bringt für mich keinen Nutzen. Außerdem erhöht sie bloß... Die größte Datei um ein Vielfaches. Und das ist der Grund, warum sie meistens jetzt samstags kam, obwohl ich sie freitags drehe. Nun, gut, heute nicht. Heute ist Samstag. Ich drehe es heute. Deswegen würde sie wahrscheinlich auch heute kommen. Erst, also die neue Folge. Also diese hier. Sollen wir nach unten oder nach oben? Ich weiß es noch nicht. Leckeres Törtchen haben wir gefunden. Ich hab übrigens auch grad ne Torte gebacken. Also es ist nicht nur für irgendjemanden oder sowas, sondern einfach nur für mich allein. Oder meine Familie. Mein Safe-Point... ...ist hier. Wir können ja nicht einfach hoch springen. Erst ist das anders wie noch gewöhnen an dem Spiel. Dass es nicht so einfach geht mit den hoch- und runterspringen. Nein! Alles nein! Also hier mit Headset und so hab ich dich auch noch nicht an das Neue gewöhnt. So richtig. Es ist immer noch ungewohnt für mich. Dass ich halt fast gar nichts höre oder... ...also außerhalb. Die Gegner sind mir irgendwie nicht geheuer. Was sind das denn bitte schon wieder? Das ist jetzt hier grad keinen Fallscharm bekommen. Das ist auch wunderlich. Nein! Was ist das denn? Keine Ahnung. Was ist das? Und wieso ist das so? Und wieso ist das so? Was ist das hier? Eine schöne Brücke. Aber hier können wir nicht durch. Wir sollen ja hier wahrscheinlich lang. Nein! Nein! Bitte! Komm! Nicht! Was finden wir denn hier alles? Das müssen wir jetzt mal kurz ansehen, was wir alles schon wieder gefunden haben. Das ist ja hier nicht mehr... ...war grad irgendwas Diamantartiges oder ob das nur irgendwelches Geld ist. Was ist denn das? Florententakel und ein Bestensperr. Aha. Aha, aha. Boah. Da war doch Ende. Da gehts noch nicht weiter. Oder liege ich da falsch? Ich bin grad ein wenig überfragt. Ich bin grad ein wenig überfragt. Was soll das hier? Ach so, hier gehts noch weiter. Wenn man die so macht, sind die echt einfach. Fitche zeigt an, dass ich irgendwo einen Schatz leg. Und dann her damit. Daaaah. Meins. Eine warme Brezeln. Das ist doch was tolles. Ich liebe Brezeln. Über alles. Was ich wollte es immer gesagt haben. Ist hier noch was? Ne. Sieht nicht so aus. Aber doch. Ne. Ne eindeutig nicht. Ne eindeutig nicht. So, was ist hier? We must be getting close. How can you tell? Look. We may still be able to save the others. Let's hurry. We must be able to save the other team. Die Gegner sind doch wirklich so einfach. Meins. Alles meins. Du kannst mich mal Schlüssel Autsch Oh, einen heißen Kakao Nimm mal ihn mit Eine tödliche Leckerheit Auch mitgenommen Ja, gut, gehen wir weiter Vielleicht sollte ich lieber In Sturm-Modus gehen Und nicht einfach So geht das viel einfacher Aber sowas von viel einfacher Spiel mit mir nicht auf einem Savepoint Das ist gefährlich Das ganze Spiel ist für mich immer noch ein Rätsel Wieso hängen da Bomben? Das macht doch alles für mich keinen Sinn Ich wollte erst mal vom Levelaufzug zurückgeschneidern Cool Hier ist ein Schatz Okay, da können wir nicht rein Gut zu wissen Hierfür brauchen wir eine Bombe Ich habe doch hier irgendwas